Wie heißt du? Mein Name ist … Wie sagt man auf Deutsch? Name Wie lautet deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist … mich … mir … dich … dir … uns … sich … sich … euch … Ich muss David anrufen. Sie ruft meine Mama an. Ich habe Angst. Ich möchte meinen Papa anrufen. Sie kennen meine Freunde. Kennst du meine Schwester? Ich bin nehm. Ich bin nehm. Ich habe mich mit Ryan. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Vielen Dank.